Keine Zeit heute, ne? Los. First Take, ne? Moin ihr Lauser und herzlich willkommen bei KrachmockerTV. Ich bin Ernie und heute geht es um die Frage, wie viel Metal ist Wacken? Diese Frage kann man natürlich nicht schlussendlich beantworten. Dafür sind viel zu viele subjektive Faktoren von abhängig. Aber von dem Hintergrund, dass ich 1998 das erste Mal und dann 2000 in Wacken gewesen bin, dann viele Jahre nicht und mich erst dieses Jahr wieder rangewagt habe an dieses, ja, wirklich unglaublich große Festival. Muss man natürlich auch zu wissen, wo ich mich normalerweise zu Hause fühle. Grundsätzlich am liebsten zu Hause. Aber wenn ich auf Festivals gehe, dann gehe ich auf Festivals wie das Partys an, wo man einmal im Jahr wirklich dann alle auf einen Haufen trifft, die man das ganze Jahr über sonst nicht geschlossen, die man nicht geschlossen trifft. Oder du gehst aufs Keep It True, wo ich dieses Jahr das erste Mal gewesen bin. Das Chaos Descent, so mitten im Wald ohne Handy empfangen, auch eine ganz tolle Sache. Und dann hast du da ein Festival mit, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bühnen und 65.000 Besuchern, über 200 Bands. Und da soll Ernie dann erst mal gucken, wie er klarkommt, nicht? Ja. Als ich gesagt habe, dass ich jetzt nach Wacken fahre, das kam mir erst mal, kam das ja so, dass Wacken hatte mich gefragt, wie sieht das denn aus? Hast du Bock, was zu machen? Und hatte da auch gleich einen Vorschlag parat. Ich könnte ja eine Dokumentation über die Night to Dismember machen. Oder spielten dann so die ganzen Death Metal Bands. Weil halt gekontert, gut, wenn ich was über harte Bands machen möchte, dann fahre ich halt auf das entsprechende Festival und habe den Main-Vorschlag dann unterbreitet. Einfach mal ein bisschen was, ja, Kritisches zu machen. Und ihr, die mich kennt, wisst ja, also ich kann ja durchaus kritisch sein, aber das Ganze natürlich auch mit einer gewissen Objektivität. Und so möchte ich auch an die Sache rangehen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ein paar Eckpunkte aufgeschrieben zum Thema Bands, Orga, Besucher, das Drumherum. Und schlussendlich, wo denn eventuell das Problem liegen könnte. Warum, wenn ich poste, ich fahre jetzt dieses Jahr nach Wacken, warum dann ein Teil der Kommentare daraus besteht, ja, Wacken ist kein Metal. Oder der andere schreibt dann sowas wie, ja gut, wer nach Wacken fährt, hat sowieso keine Ahnung von Musik. Und dann ist ja klar, dass er die und jene Underground-Band nicht kennt. Weißt du, wer ich bin? Ist natürlich Spaß gelesen. Ja, du kommst dann natürlich an und das läuft dort anders als auf anderen Festivals. Ich fange einfach mal mit den Bands an, weil ich denke mal, wenn man auf ein Festival fährt, was sind die Bewegpunkte? Klar, dass irgendwie du eine eigene Gruppe hast, mit der du hinfährst, dass du Freunde hast, mit denen du da deine Zeit verbringen kannst. Aber natürlich schaust du auch als erstes aufs Festivalplakat und guckst dir die ganze Nummer an, was da für dich dabei ist. Und wenn du auf das Wackenplakat guckst, dann wirst du natürlich erst mal erschlagen. Weil das sind so viele Bands, die passen ja nicht mal alle so richtig da drauf. Also du kannst das ja noch nicht mal erkennen. Und es sind so viele Bands, dass du natürlich im Grunde genommen aufgrund dieser Vielfalt, wenn du denn Metal hörst, eigentlich irgendwas finden solltest. Und wenn ich jetzt mal ganz nüchtern das Plakat betrachte, dann würde ich sagen, und da kannst du auch die letzten Jahre mit dazunehmen, dann ist es grundsätzlich, wenn man die Frage zugrunde stellt, ist, wie viel Metal ist Wacken? Dann kann man zumindest schon mal sagen, okay, Wacken ist ein Metal-Festival. Weil dort spielen hauptsächlich Metal-Bands. Jetzt natürlich die Sache, das siehst du dann vielleicht anders. Was macht für dich jetzt ein Metal-Festival aus? Es ist natürlich klar, ein Metal-Festival ist jetzt nicht dadurch definiert, dass 80% War-Metal-Bands aus Brasilien mit am Start sind. Wenn du so daran gehst, dann ist das vollkommen klar. Metal-Wacken hat natürlich in erster Linie, und das hat sich über die Jahre natürlich immer weiter, ich sage jetzt mal verfeinert, an eine größere Masse gerichtet. Das heißt, du hast dort nach oben hin ohnehin den Mainstream, aber auch schon in der Mitte und weiter nach unten schon eher, ich sage mal so, wenn es nicht nur die angesagten Bands sind, zumindest, ich sage mal, die angesagten Genres. Weil das muss ich im Vergleich schon sagen, das habe ich festgestellt. Wenn ich an 98.000 zurückdenke, jetzt gerade das, was ich gerne höre, so im Black-Metal-Bereich, da war dann doch in den Jahren, wo ich anfangs dabei war, mehr Interessantes für mich. Das hat dieses Jahr ein bisschen abgenommen. Da hast du natürlich so Dark Funeral oder Cradle of Filt. Und es ist vollkommen klar, wenn man Black-Metal hört, dann fährst du nicht als erste Wahl nach Wacken. Das möchte ich klarstellen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das noch eine etwas andere Auswahl, so ein Bands war. Das ist dann dieses Jahr doch teilweise für mich auch schon arg an einer Schmerzgrenze zu Mainstreamig. Aber das muss man dem Wacken dann auch wiederum anrechnen. Ich stehe überhaupt nicht auf Conteste. Ich finde, dass so etwas wie Kunst und Emotion nichts mit Wettbewerb zu tun haben sollte. Aber wenn das Wacken Bands aus exotischsten Winkeln dieser Welt die Möglichkeit gibt, mal auf einer großen Bühne aufzutreten, dann finde ich das toll. Und da gibt es dann für mich auch gar nichts dagegen zu sagen. Dieses Jahr, ich möchte gar nicht so jetzt den Fokus nur auf dieses Jahr sehen, sondern versuchen, das generell zu beantworten. Dieses Jahr war für mich vor allen Dingen interessant, das ist so ein Ausreißer, würde ich wahrscheinlich dann wundern, aber das war ein Bodycount. Einfach, weil ich mit Bodycount früher groß geworden bin und das war so eine Schnittmenge zwischen mir und meinem Bruder, der eigentlich nur Hip-Hop gehört hat und nicht nur Metal. Aber Bodycount fanden wir beide geil. Ja, und dann hast du dir das halt angeguckt. An dem Beispiel kann ich aber auch ein erstes kleines Problem, beziehungsweise eigentlich schon das große Problem verdeutlichen. Es gibt in Wacken viele Bühnen. Zum einen die Faster und Harder Bühnen. Das ist diese Doppelbühne. Also die ganz großen, wirklich für die Main Acts. Dann daneben ist die Lauda-Stage. Das befindet sich dann alles so in dem In-Field. Und dann gibt es so für die Special-Geschichten dann noch eben, also Ballhead, Ballhead, Bullhead, Entschuldigung. Wir machen First Take heute, ich bleib dabei. Bullhead City Circus. Das ist dann in einem Zelt. Sind das nochmal zwei Bühnen nebeneinander. Da passen ungefähr, hatte ich jetzt letztens gehört, 15.000 Leute rein. Dann gibt es noch so die Wasteland-Stage und die Biergarten-Stage. In der Biergarten-Stage hast du dann wirklich so, ich glaube, das kann man schon, ja, wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen abfälliger, das ist so ein bisschen mehr Volksfest-Charakter. Und so eine kleine, wirklich kleine Bühne, auf der ich im Grunde genommen so den besten Gig miterlebt habe, nämlich die Night to Remember-Stage müsste das sein. Da passten, lass mich lügen, vielleicht 400 Leute rein. Da habe ich The Crown gesehen. Das war die einzige Bühne, auf der ich wirklich genießen konnte, eine Band mir anzugucken und mit einem wunderbaren Top-Sound. So, und jetzt wollte ich ja gerne Bodycount sehen. Und mein Bruder hatte leider nicht die Möglichkeit mitzukommen, also war ich dort auf mich alleine gestellt und hatte mich im Gegensatz zu allen anderen Bands, wo ich echt gesagt habe, ach, kann das Spaß hier, jetzt habe ich versucht, mich vorzukämpfen. Also, und dann bist du in diesem Infield, auf der Hauptbühne, nachmittags, und möchtest Bodycount sehen. Und je weiter ich mich vorgekämpft habe, hatte ich das Gefühl, das ist wie dieser Kamera-Effekt, dass ich mich eigentlich immer weiter weg bewege oder keinen Schritt näher komme. Ich komme einfach nicht näher. Und den Eindruck hatte, dass das Verhältnis zwischen dem Standpunkt, wo ich stand und die Bühne gesehen hatte, auf Partisan-Verhältnisse dem entsprochen hätte, wenn dort die Bühne ist, ich mehr oder weniger auf dem VIP-Zeltplatz gestanden hätte. Ich habe wirklich Ice-T in Lego-Figurengröße gesehen. Und das schmälert natürlich dann schon mal so ein bisschen die Sache. Also, vor allen Dingen, weil ich nicht weiter vorkam, sonst wäre ich so von Menschen umringt gewesen. Und das ist natürlich eine Sache, deshalb auch subjektiv. Ich mache das nicht haben. Ich kann das nicht so haben, wenn ich so in so einer Enge irgendwie drin stehe und so viele Leute um mich rum und dann, wie man auch noch alle nicht kennt, da fühle ich mich unangenehm. Und dann muss ich immer noch so ein bisschen Freiraum haben. Und wirklich das Maximum, an das ich nah rankam. Ja, und dann fragt man sich natürlich, da fährst du auf so ein großes Festival. Und dieser Eindruck hat sich dann leider auch über die Zeit bestätigt. Ich war von Mittwoch bis Samstag da. Am Mittwoch bin ich mit Michael Göre, mit unserem Programm Schnack or Die aufgetreten. Das war ganz fantastisch. Das hat richtig Spaß gemacht. Stimmt, das war noch eine weitere Bühne für die Poetry-Slam-Sachen, für die Erzählgeschichten. Da passten unter dir, das war so ein Pavillon, da passten 200 Leute vielleicht hin. Da denkst du, du spielst jetzt in Wacken und so, ein Minimum 1.000 Leute kommst da an und dann... Nein, nein, das hat richtig Spaß gemacht. Also mit dem Publikum, wir hatten da ja noch die Unwetterprobleme. War schön. Da hatte ich dann auch wirklich Mittwoch, Donnerstag war ich auch richtig... Ja, da hatte ich Spaß. Das war toll, so auf dem Gelände zu sein. Und wir sind angekommen, haben unser Zelt aufgebaut, sind dann erst mal so über die ganzen anderen Zeltplätze da gelaufen. Das ist natürlich diese Größe und es sind natürlich die Wege. Die waren jetzt für uns nicht ganz so schlimm, weil wir halt den Vorteil hatten, da VIP zu sein. Ist aber natürlich auch, also VIP ist wirklich auf einem Festival wie Wacken nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn du jetzt wirklich auf dem Party sahen. Ich ziehe es immer als Beispiel ran, weil ich denke, das ist das Festival, was ihr dann auch als nächstes kennt, was dann einfach eine andere Größenordnung hat. Und da ist mir dann auch, da kommen wir dann zum Punkt, Besucher aufgefallen, so schlimm ist das ja gar nicht. Ich habe immer dieses Wacken und Zirkusveranstaltungen im Kopf gehabt und hatte da echt schon Sorge, so von Mittwoch bis Samstag sollst du jetzt da sein und hast nur Leute um dich rum, wo du wahrscheinlich einfach nur eine Krise kriegst irgendwann. Aber ganz ehrlich, so habe ich das nicht empfunden. Wir sind über die Zeltplätze dann gelaufen, sind dann so in diesen Vorbereich und dann in diesen Bereich, wo dann, ich sage mal so Wacken, wo dann sich das Leben abspielt. Gut, das Leben spielt sich auch auf den Zeltplätzen ab, wenn man sich da so manche Leute anguckt, die ja da praktisch ihr eigenes Dorf noch aufbauen. Total fantastisch eigentlich. Eigentlich finde ich das total toll. Aber dann waren wir da und dann laufen die Leute einfach bei. Im Grunde genommen, ich bin mit einem Kollegen, habe ich viel darüber gesprochen, zu dem Entschluss gekommen, eigentlich ist das nicht groß anders als auf anderen Festivals, nur dass natürlich die andere Patches tragen. Wenn ich auf einem Festival wie das Keep It True fahre, dann haben die Leute einfach ganz andere Kutten, als wenn ich auf dem Wacken bin. So ist das dann einfach. Aber ich habe dieses Fasching oder dieses Zirkus so nicht miterlebt. Und ich habe mich auch nicht nur im VIP getummelt, sondern wir sind auch wirklich über die Plätze gelaufen und ich bin wirklich viel, viel rumgelaufen. Und das war auch irgendwo das Ätzende, weil das einfach diese, da kann das Wacken nichts für. Also das ist einfach, wenn das diese Dimension hat mit 65.000 Leuten, glaube ich, die da jedes Jahr zu Gast sind, dann hast du halt drei Milliarden Quadratkilometer Acker, wo dann nur Zelte stehen. Und dann hast du das Problem, dass du dann am letzten Tag irgendeinen Zeltplatz finden sollst, weil die Leute nämlich dann mit nach Hause war und so weiter. Aufs Nähkästchen war geplaudert. Nein, zu dem Thema Besucher, ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, weil man möchte ja wissen, warum heißt es denn immer Zirkus und Fasching? Das war eine Zeit lang, ich habe so gehört, 2013, 2014 wirklich so, dass das Wacken da sich in die falsche Richtung bewegt hat. Und da waren dann auch solche Sachen, klar, wenn du dann auch die Fernsehteams dann da hast und die Leute die Berichte machen sollen, die Leute dann von vermeintlich, so auch vermeintlich seriöseren Sendern kommen, was machen die, wenn die auf ein Metal-Festival gehen? Nein, die machen das natürlich dann nicht so, dass sie dann einfach nur ein paar headbangende Leute filmen und versuchen einfach die Wirklichkeit wiederzugeben. Die versuchen natürlich irgendwie Action vor der Kamera zu haben und dann ist es immer das gleiche Bild, dann ist es immer die Leute, die sich im Schlamm suhlen, dann ist es immer der eine Typ, der mit einem Hasenkostüm rumläuft und das hat ja das Wacken dann sogar, da haue ich mal so ein bisschen so hinterher rund, was ich da so hatte, das musste man im Vorfeld gewährleisten, dass man sowas zum Beispiel nicht zeigt, dass man nicht Leute animiert. Weil den Eindruck habe ich gewonnen und den fand ich auch eigentlich sehr positiv, dass das Wacken schon versucht, durchaus mittlerweile, nachdem es wirklich ein paar Jahre vielleicht in die falsche Richtung gerudert ist, ein anderes Publikum ansprechen wollte, damit man wahrscheinlich auch immer wirklich, ja, kurz nachdem dann das nächste Jahr bekannt gegeben wird, dann auch schnell ausverkauft ist. Einerseits vielleicht verständlich, andererseits, da haben wir natürlich auch einen weiteren Knackpunkt. So, wann ist denn Metal? So, seitdem ich so dieses Krachmucker-Ding mache, beschäftige ich mich ja so ganz verstärkt damit, was so eine Szene denn ausmacht und was Metal ausmacht. Davor war das für mich immer eine klare Sache. Das war meine kleine Blase, das ist so mein Horizont. Aber ich lerne ja ganz viele Leute kennen und auch auf die Festivals, wo ich sonst so gerne hingehe, da sind ja auch nicht alle genauso wie ich. Die haben ja auch verschiedene Meinungen und da unterhält man sich. Und dann ist die Frage, dann ist es mehr Metal, Extrembeispiel auf dem Keep It True, sich in erster Linie Bands anzugucken, die ausschließlich in den 80ern Alben rausgebracht haben und dann in der Versenkung verschwunden sind, dann nach 30 Jahren Bühnenabsinent wieder auf die Bühne gehen und die einzigen anderen Bands sind Bands, die diesen Bands nacheifern. Klingt jetzt total negativ, ich stehe ja total da drauf. Aber ist das mehr Metal, als dann wiederum Menschen, die auf ein sehr großes Festival gehen und dann vielleicht einfach Bands hören, ja gut, die halt auch einfach eine sehr, sehr große Fanschar haben, nehmen wir dann Sabaton, nehmen wir Arch Enemy oder dann eben auch wie in diesem Jahr Parkway Drive. Den Parkway Drive Auftritt, das war schon enorm. Also auch so dieses Intro-Ding und was die da auf so einer Bühne natürlich dann aufbauen können, welche Möglichkeiten dort bestehen. Dass so etwas wie Parkway Drive für mich nicht das ist, wo ich jetzt sagen würde, das trifft den Kern von dem, was für mich Metal ist. Das ist dann wiederum eine andere Sache. Und da hatte ich dann auch irgendwann so, ich sage mal Freitag, Samstag, wo so die Euphorie von meinem eigenen Auftritt so langsam verblasst ist. Da hatte ich dann auch echt so ein Problem für mich, habe mich ein bisschen im VIP-Bereich verzogen, also in diesen Presse-VIP-Bereich. Das ist dann so wie, ja, das sind dann auch so Bierzelte und so weiter, aber du hast da noch irgendwie Stromanschluss und so weiter. Und vor allen Dingen hatte ich da dann auch Internet. Und da war eben ein großer Fernseher, der das von der großen Bühne alles übertragen hatte. Und ehrlich gesagt, manchmal kam ich mir dann schon bei der einen oder anderen Band vor, so ein bisschen wie eben, ja, beim NDR, ja, weiß ich nicht, Rockkonzert ist ja, das ist ja noch was anderes, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also das war schon sehr, sehr radiolastig dann irgendwo. Und da fehlte mir dann so das Kantige. Da fehlte mir so dieses, ja, was Metal ja irgendwo auch ist, so das Wilde, was du ab einer bestimmten Uhrzeit dann irgendwo in Wacken dann nicht mehr gefunden hast. Und dann hast du neben den Bands natürlich noch so das Drumherum. Und das ist genauso enorm dort wie alles andere so. Ich habe auf keinem Festival so eine Vielfalt an Fressbuden erlebt. Ich habe das auch noch nicht erlebt, dass ich so oft rauf und runter gelaufen bin, weil ich mir nicht entscheiden konnte, was ich jetzt esse. Da ist die Frage, braucht man das? Aber es ist auch die Frage, muss ich mich jetzt darüber beschweren, weil das Angebot besteht? Das ist doch ganz toll so. Ich meine, es gibt Veganes, es gibt Vegetarisches. So, das hast du natürlich auf vielen Festivals heutzutage. Das finde ich toll, dass auf sowas Rücksicht genommen wird. Aber das ist dann wirklich, also, lass mich, 20, 30 Fressbuden und dann natürlich viele andere Angebote. So Stände, wo du ihr Schmuck kaufen konntest. Und da kommen wir jetzt zum nächsten. Wisst ihr, was ich nämlich vermisst habe? Natürlich gab es ein Metal-Market, sowas in die Richtung. Aber einfach so diese heimeligen Stöber-Möglichkeiten, die ich so von den kleineren Festivals kenne, das hat mir so ein bisschen als Liebhaber gefehlt. Da überwog diese Dominanz aus, ja, irgendwo dann doch einem, ich sage, das klingt böse, aber Kirmesangebot. Also diese Stände, wo es dann diese Hippie-Schals gibt und diese T-Shirts mit, die natürlich großartig sind, aber die T-Shirts mit den Wölfen in Sympathik-Aufdruck und Airbrush und so weiter, das nahm da schon viel Platz ein. Und ein Drumherum, wo ich mir dann immer noch so denke, meinen jetzt die Leute, wenn die schlecht über Wagen sprechen und über Zirkus und Karneval, vielleicht den Mittelalter-Markt und so diesen Wasteland-Bereich, weil den gab es auch. Der spielte sich ein kleines bisschen am Rand ab, da habe ich mich dann auch regelmäßig verlaufen. Aber da gab es dieses, genau, einmal den klassischen Mittelalter-Markt. Das ist so, wie wenn du jetzt hier irgendwo auf dem Dorf in deiner Stadt bist und ins nächste Dorf fährst und da ist Mittelalter-Markt. Genauso sieht das aus. Und da finde ich prima. Und das Gleiche gab es noch mal so im Mad Max-Ding. Und das ist auch alles total liebevoll und toll aufgemacht, sodass ich auch nicht sagen würde, da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Das ist ein klasse Rahmenprogramm. Nur, das habe ich wirklich gemerkt, also selbst wenn du sowieso schon von diesen über 200 Bands dir so dein eigenes kleines Ding da zusammenstellst, hast du wirklich auf Wagen so viel Programm dort, dass du einfach nichts mitnehmen kannst, dass das wirklich schon in Hetzen ausartet. Das ist so, also zum Beispiel auf so einen Mittelalter-Markt würde ich gerne mal wieder gehen. So mit Frau und Freunden zusammen und du trinkst ein bisschen was, isst ein bisschen was und dann ist gut. Aber das macht man, dann fährt man halt wieder nach Hause. Ja. Ich glaube, so die Biergarten-Sache ist. Oder das wäre noch mal so was, wo die Leute dann so sagen, ist es dann möglich? So dieses klassische Mambo-Kurr-Ding. Das ist natürlich auch so ein Kult auf Wagen. Genauso wie Tom Angel Ripper natürlich auch nach Wagen gehört. Ob er mit Onkel Tom dann da eben spielt oder ob er, wie ich das mal gehört hatte, dort Sauf-Contests mit Fans macht oder so weiter. Ach. Und wieder die Frage, so was ist denn dann so Metal? Also ich hatte auch im Vorfeld gesagt, das gab es jetzt dieses Jahr nicht, aber solche Sachen wie Wrestling oder Table Dance oder so weiter, was es dann gegeben hat. Klar, wenn du das jetzt auf dem Partisan veranstaltest, dann laufen die Leute aber Sturm. Da kann es von ausgehen. Und sowas würde Jane auch niemals zulassen. Aber irgendwie, ich meine, Wrestling finde ich ja eigentlich so auch geil. Und so Table Dance ist jetzt auch nicht so, dass ich Frau, das ist dann halt so ein bisschen hier, vom Dust Till Dawn Flair oder so. Das geht dann auch klar. Und jetzt relativiere ich so viel. Und jetzt möchte ich mal aber wirklich auf die Probleme zu sprechen kommen. Und das ist, ich fange jetzt mal wieder mit der Musik an. Ich versuche Bodycon zu gucken, kann mir Bodycon gar nicht richtig angucken. Ich versuche bei anderen Bands ein bisschen ranzukommen, ich komme nicht nah dran. Das ist ein Ding aufgrund der Größe des Ganzen. Natürlich auch dann ebenso meine persönliche Geschichte, dass ich mich nicht weit vordrängeln möchte und dort so stehen möchte, für mich steht. Und das ist jetzt vielleicht ein harter Punkt und ein ausschlaggebender Punkt. Für mich steht auf Wacken Musik nicht an erster Stelle. Ich möchte es nicht einordnen, wo es steht, aber es steht nicht an erster Stelle. Es ist ein Festival, was in erster Linie ein ganz großes Unterhaltungsprogramm bietet. Auf der Basis von Metal Musik. Und ich möchte da jetzt nicht das Programm noch mit einbeziehen, was sich vor dem Eintrittsbereich Wacken stattfindet, also was dort im Dorf passiert. Das hat sich auch komplett verändert zu 98. 98 war da der Edeka-Markt. Da haben sich alle getroffen, sind dann nach Wacken zum Festivalgelände gepilgert. Mittlerweile ist das ein riesengroßes Straßenfest. Aber das ist dort alles kostenlos. Da sind einfach, da dürfen Touristen auch sein. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Die Leute, die dort die Metal-Bibel und das Ding da verteilt haben, das war so eine, das war eine witzige Angelegenheit so. Aber jetzt komme ich kurz raus. Ne, das ist noch eine andere Sache. Da hattest du natürlich dann die Leute Van Metal-Shirts, dann hattest du Motorhead oder du hattest eben Wacken-Shirts. Und das ist natürlich auch so das Ding. Wacken ist eins dieser Festivals, auf denen die Leute halt dann Wacken-T-Shirts anhat und wo der Name desjenigen Festivals gebrüllt wird, damit jeder weiß, dass man selber auch weiß, auf welchem Festival man ist. Und ja, da gibt es ja dann auch genug Sachen. Aber also wirklich das mit der Musik, man fährt eigentlich, also das ist zumindest meine Einstellung, natürlich um Freunde zu treffen, um Menschen zu treffen, die man selten sieht, weil man halt sehr weit auseinander wohnt. Und dadurch, dass ich so ein bisschen ja auch mit Musikszene so zu tun habe durch den Kanal, hat man da ja eben dann auch viele andere Kollegen so aus dem Bereich und Festivals sind immer ein wunderbarer Treffpunkt. Und das andere ist dann natürlich die Musik. Aber wenn ich auf einem Festival fahre, für das ich dann auch 160 bis 200 Euro Eintritt zahle und schlussendlich eigentlich das, was es ausmacht, für mich, nicht genießen kann, weil ich eigentlich nur auf dieser Mini-Stage, wo ich The Crown gesehen habe, die, ich glaube, das ist die Night to Remember Stage, glaube ich, heißt die. Das war die einzige Stage, auf der ich ein Konzert wirklich genießen konnte, von einem brachialen Sound-Lieder geblasen worden bin. Alles andere war wirklich Show, eine große Party mit Sicherheit, das ist ja auch nichts Negatives, ein Event. Und vom gesamten Image hatte ich gesagt, wir haben uns ja im Vorfeld viel unterhalten, sodass wir auch so ein bisschen auf so einen gewissen Kernpunkt kommen, um diese Frage, wie viel Metal ist Wacken, beantworten zu können. Wenn das Ganze einfach als so ein klassisches Rock, ein Rock-Event laufen würde, wo dann eben auch, ja, wo die Bands dann vielleicht teilweise ein bisschen härter sind, dann wäre das vollkommen legitim und dann würde wahrscheinlich auch noch nicht mal irgendjemand irgendwas sagen. Warum man über Wacken jetzt ablästern muss, das ist eine andere Sache. Ich finde es wichtig, dass Überwacken das Wacken Contra bekommt, wenn dort Sachen passieren, dass die Getränkepreise, wie es in einigen Jahren so gewesen ist, bei einer unfassbaren Hitze sehr weit nach oben gerissen werden, dass sie vielleicht dann manchmal mit einigen Bandentscheidungen einfach ins Braune greifen, dass sie Sachen machen, die nicht gut sind, dass dort die Fans dann rebellieren, aber dass Wacken dann ja auch scheinbar darauf reagiert und das so macht. Und schlussendlich kann ich jetzt am Schluss sagen und das ist jetzt erstmal der erste Teil, ist gar nicht so relevant, Wacken ist kein Festival für Leute wie mich, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für viele Leute ein Festival ist, was denen sehr viel Freude bereitet und einmal im Jahr dann durchaus für die ein tolles Event ist. Und da muss man auch dazu sagen, im Internet wird natürlich immer schlecht geredet. Da habe ich mich gerade hier schönen Gruß an Krugel, mein guter Freund. Wir haben in letzter Zeit viel WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht und uns über alles Mögliche aufgeregt. Ach, das ist ein anderes Thema. Nein, im Internet wird natürlich viel schlecht geredet, aber die Leute, die eine Wackenkarte kaufen, die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Du kaufst ja nicht die Katze im Sack. Du bezahlst 160 oder 200 Euro und du weißt, wenn du nach Wacken fährst, du kriegst das geboten. Und so, wie es sich für mich dieses Jahr gestaltet hatte, war es, außer, dass es für mich halt einfach wahnsinnig viel zu laufen war, was ich als unglaublich stressig und anstrengend empfunden habe. Ja, ich war nicht negativ überrascht, aber jetzt kommt die Sache mit dem Fazit und das macht die Sache so schwierig. Nein, das ist ein Festival, was das hält, was es verspricht. Es ist das größte Festival, Metal-Festival, ist es das immer noch Europas? Ich weiß es nicht genau, aber was wirklich auf einem, was mit unglaublich viel, einem unglaublich hohen Besucher andrangt, ein sehr großes Spektakel bietet. So, schlussendlich möchte ich jetzt aber nochmal einen Kracher raushauen und das zum Ende hin, der mich richtig aufgeregt hat. Vielleicht gucken wir mal kurz auf die Uhr, wie weit haben wir. Ja, doch, das ist zeitlich noch in Ordnung. Eine Sache, da habe ich mich wirklich drüber aufgeregt und da bin ich auch gespannt, was da von euch an Feedback zukommt oder wie ihr das argumentiert. Metal-Festival. Für viel Verständnis. World of Tanks als Rahmenprogramm, hier dieses Computer-Panzerspiel. Wunderbare Sache. Tolle Sache. Sabaton auf zwei Bühnen, super Sache, gar kein Thema. Was hat die Bundeswehr auf einem Metal-Festival zu suchen? Also, es geht hier nicht um die Rolle und den Wert der Bundeswehr an sich, aber wenn ich das jetzt, wie ich es gerade eben ein bisschen aufgebaut habe, zusammenfasse, du hast dort den Headliner Sabaton, der auf zwei Bühnen spielt, der ausschließlich über Krieg singt, als ob Krieg geführt wird, um Bier zu trinken. Du hast dort ein Kriegsspiel wie World of Tanks und beide Stationen. Ist vollkommen klar, geht nicht um Kriegsverherrlichung. Es ist auch nichts Gefährdendes. Aber dann in der Kombination, dass die Bundeswehr dort einen riesengroßen Bus aufstellt und irgendwelche Gerätschaften und, seien wir doch mal ehrlich, letzten Endes rekrutiert auf einem Festival, einem Metal-Festival, wo einfach der größte Teil vor allen Dingen auch Alkohol trinkt. Das fand ich unfassbar. Und da kann das Wacken noch so oft dann oder einmal auf der Homepage dann auch schreiben, dass es dann vielleicht nicht das 30. Wacken, sondern vielleicht nur das 29. oder 28. gewesen ist, weil die Bundeswehr natürlich dem Wacken das ein oder andere Mal aus der Patsche geholfen hatte, als es dann mal wieder in der Schlechtwetterlage fast untergegangen wäre. Das ist eine tolle Sache. Das ist toll, dass dort die Bundeswehr geholfen hat. Aber als Statement und dann in diesem gesamten Ding herum fand ich persönlich das außerordentlich fragwürdig. Und ich habe das jetzt deshalb noch einmal so präsent rausgehauen. Ja, sagt mal was dazu. Ansonsten denke ich, das ist mein Kommentar zum Wacken. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Eventuell sehen wir uns ja dann morgen wieder beim Krachmucker, ähm, Krachmucker, ja, eben nicht Adventskalender. Ich biete euch nur 24 Tage. Das ist ja Krachmucker. Ihr kriegt 31 Videos. Sehen wir uns da vielleicht morgen dann wieder. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.